Die Sendung wurde live untertitelt 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 Die Schatten mögen uns schützen Dann stimmt es also Ich kenne das Dämmergrab nicht Was ist das? Was hat Mersa frei getan? Es tut mir leid, Entier Das kann ich nicht sagen Wichtig ist jetzt, dass wir eure Übersetzung sofort an die Gilde übermitteln Lebt wohl, Entier Mir fehlen die Worte um Schon gut, Kalia Ihr braucht kein Wort zu sagen Hm? Ich soll mit ihm reden Hört zu, ich will nur, dass die Gilde die Wahrheit erfährt Sie haben Kalia respektiert Und sie hat etwas Besseres verdient Tut, was ihr könnt Ihr tut mir damit einen persönlichen Gefallen Okay, seid bedankt, Entier Wenn ihr Schwierigkeiten habt Gestohlene Waren loszuwerden Und zufällig in Winterfeste seid Dann besucht mich an der Akademie Verstehe Ich habe gelegentlich schon mit fragwürdigen Gegenständen zu tun gehabt Und ich werde sehen, was ich tun kann Hm Alles klar Wenn ihr mich noch einmal braucht Wir müssen nach Rifton eilen Bevor Mercer der Gilde noch mehr schaden kann In Gallus Tagebuch wird das Dämmergrab erwähnt Ihr seid schon so weit gekommen Da wird es nichts schaden Wenn ich das nicht länger vor euch geheim halte Das Dämmergrab ist der Tempel von Nocturnal Das ist der Ort, den die Nachtigallen geschworen haben Mit ihrem Leben zu verteidigen Weshalb gerade diese Art des Schutzes? Alles, was für Nocturnals Einfluss steht Befindet sich in den Mauern des Dämmergrabes Jetzt hat Mercer offenbar seinen Eid gegenüber Nocturnal gebrochen Und das besudelt, was er zu schützen geschworen hatte Diebe und Tempel, das passt einfach nicht zusammen Das habe ich auch gedacht Als Gallus mir zum ersten Mal davon erzählte Ich glaube, mit der Zeit werdet ihr verstehen, was ich meine Ich würde es besser verstehen, wenn alles weniger geheimnisvoll wäre Als Nachtigall habe ich im Hinblick auf das Dämmergrab Verschwiegenheit geschworen Ich weiß, dass die Gilde Vertrauen nicht gerade fördert Aber ich muss euch dennoch bitten, mir weiter zu vertrauen Na schön, machen wir vorerst auf eure Art Ich gehe nach Rifton und erkunde die Lage Vielleicht finde ich heraus, was Mercer vorhat Wenn ihr soweit seid, trefft mich in der zersplitterten Flasche Bis dahin möchte ich euch dies hier geben Es hat Gallus gehört, aber Ich glaube, unter diesen Umständen wäre er einverstanden Ich werde sie gut einsetzen Wenn die Gilde keine Vernunft annehmen will Dann müsst ihr das vielleicht Ich nehme an, ihr seid nicht nur hier, um mir einen Höflichkeitsbesuch abzustecken Nachtigallenklinge Das ist Eine wirklich, wirklich nette Waffe Ob ich die entzaubern kann? Das wäre episch Welch Verschwendung Die Magier lassen uns nicht in die Akademie rein Sie sagen, dass es da drin nicht sicher ist Ja Ach, da ist ja noch eine Ja, da haben die Magier auch recht Was zu trinken, was zu lachen und ein Wettbewerb Was will man mehr? Ja, hört sich gut an Äh, ja, Rifton, genau Ich muss nach Rifton Rifton In die Diebesgilde Wobei, nein In der zersplitterten Flasche Da muss ich über den Rattenweg am besten rein Vielleicht finde ich da ein paar Neue Gegner Scheint nicht der Fall zu sein Schade Okay, dann treffen wir sie mal gleich dort Da ist sie ja Ich bin froh, dass ihr hier seid Ich glaube, einige argwöhnen bereits, wer ich bin Seid ihr bereit, der Gilde entgegenzutreten? Ja Ich bin bereit Gehen wir Haltet die Augen offen Ich bin nicht sicher, was uns erwartet, wenn wir die Zisterne betreten Auch wenn ihr einer von uns seid, macht ihr lieber keinen Ärger Hm, hier ist alles cool Es ist eine Sache zu behaupten, dass man die Fertigkeiten eines Diebes besitzt Es ist eine ganz andere, diese auch einzusetzen Okay Ab in die Zisterne Oh, wir werden schon erwartet Wie es scheint Ihr solltet einen verdammt guten Grund haben, hier bei diesem Mörder zu sein Bitte senkt die Waffen Damit wir reden können Ich habe den Beweis, dass ihr alle hintergangen worden seid Keine Tricks, Kalia Oder ich töte euch auf der Stelle Wie sieht denn dieser sogenannte Beweis aus? Ich habe Gallos Tagebuch Ich glaube, ihr werdet seinen Inhalt als verstörend empfinden Mal sehen Nein, das... das kann nicht sein Das kann nicht stimmen Ich kenne Mercer schon so lang Es ist wahr, Brynjolf Jedes Wort Mercer hat die Gilde seit Jahren bestohlen Direkt unter eurer Nase Es gibt nur eine Möglichkeit herauszufinden, ob sie die Wahrheit sagt Delvin, ihr müsst die Schatzkammer öffnen Wartet nur einen kurzen, gesegneten Moment, Bryn Was steht in diesem Buch drin? Da steht, dass Mercer uns seit Jahren bestiehlt Gallos kam ihm auf die Schliche, bevor man ihn ermordet hat Wie konnte Mercer eine Schatzkammer öffnen, für die man zwei Schlüssel benötigt? Das ist unmöglich Hat er sich den Weg freigehackt? Diese Tür hat die besten Schlösser, die es für Geld zu kaufen gibt Die kann man nicht aufbrechen Er brauchte das Schloss nicht aufzubrechen Wovon spricht sie da immer? Benutzt euren Schlüssel für die Schatzkammer, Delvin Wir öffnen sie und finden die Wahrheit heraus Ich hab's mit meinem Schlüssel versucht Aber die Schatzkammer ist noch immer so fest verschlossen Wie die Rezeptschatulle des Feinschmeckers Probiert jetzt mal euren Wie die alle da an den Seiten angespannt sind Bei den acht Es ist weg Alles ist weg Kommt alle rein Ja Sieht leer aus Karotten Die Edelsteine Alles fort Dieser Dreckskerl Ich bringe ihn um Vex Legt das weg Sofort Wir dürfen nicht den Kopf verlieren Wir müssen uns beruhigen und konzentrieren Tut was er sagt, Vex Das ist jetzt nicht gerade hilfreich Schön Wir machen es auf eure Art Vorerst Delvin Vex Behaltet die zersplitterte Flasche im Auge Wenn ihr Mercer seht Sagt es mir Wenn ich frei sehe Reiße ich ihm eigenhändig die Augen aus dem Schädel Bevor ihr bei der Suche nach Mercer helft Muss ich wissen, was ihr von Kalia erfahren habt Alles Mercer hat Galus ermordet Nicht Kalia Das habe ich befürchtet Dem letzten Eintrag in Galus Tagebuch nachzuurteilen War er kurz davor Mercers Aktionen aufzudecken Sonst noch etwas Galus, Kalia und Mercer waren Kalia steckt hinter Goldenglanz und Honigbräu Sie wollte Mercer vor Maven schlecht machen, was? Gerissen Gab es sonst noch was? Tja, ich habe nicht viele Auswahlmöglichkeiten Galus, Kalia und Mercer waren Nachtigallen Was? Nachtigallen? Ich dachte immer, das sei nur ein Märchen Eine Möglichkeit, den Gildennachwuchs auf Linie zu bringen Hat sie euch sonst noch etwas erzählt? Nein, das war's Dann habe ich eine wichtige Aufgabe für euch Ihr müsst in Mercers Haus einbrechen und nach Hinweisen über seinen Aufenthaltsort suchen Er besitzt ein Haus in Riften? Ja Ein Geschenk des Schwarzdorn-Clans Nachdem sie die vorherigen Besitzer rausgeworfen hatten Es heißt Gut Riftwald Er ist nie da und zahlt eigentlich nur Instandhaltungskosten Ein Typ namens Wald bewacht das Haus Ich kümmere mich darum Seid vorsichtig, Börschchen Das ist wirklich der letzte Ort in Himmelsrand, an den ich euch schicken möchte Findet einen Weg hinein Holt die Informationen und verschwindet wieder Ihr dürft jeden erledigen, der euch im Weg steht Yes Alles klar Seid in Mercers Haus vorsichtig Ich will niemanden mehr an diesen Wahnsinn Lasst mich durch, ihr Narren Ich habe einen Auftrag, jeden zu erledigen Du, du bist mir im Weg Ich erledige nicht Hallo mein Freund Lass mich doch rein Habe gehört, dass sie die Dämmerwacht Das ist Mercer Freys Haus Und er mag keine Besucher Nun verschwindet Ich muss da rein Keine Besucher Auf keinen Fall Und jetzt verschwindet, bevor ich wütend werde Es wird sich für euch lohnen Ihr habt nicht genug Geld, um meine Probleme zu lösen Aber ihr könnt Maven Schwarzdorn überreden, mir meine Schulden zu erlassen Wenn ihr versucht, auch nur einen Fuß auf diesen Hof zu setzen, schneide ich ihn euch ab Auf Wiedersehen Oh Hm, man, das komme ich wohl da nicht hin Warte mal, Maven war glaube ich in der Taverne Ja, fragen wir es dir doch einfach mal Schaden kann es nicht Vermutlich Wer alles da rein möchte Hm, nee, ich war hier oben Natürlich ist nicht mehr dort Ah, weg da Ihr seht aus, als könnte dir ein Getränk vertragen Wie wäre es mit einem günstigen Mäd Du Meine Fertigkeit im Kampf ist unerreicht Wo ist Maven Hm Bitte helft mir Ich werde meine Arbeit bei der Fischerei von Riefton verlieren Ach du, ja, ja, ja Ja Ist nicht hier irgendwo Heinz Haus Bolis Haus Wohnt mit Maven auch hier irgendwo Vielleicht Warte mal, das ist doch das Ah, von einer anderen Zeit Natürlich verriegelt Und hier ist ein Schlüssel Kann ich aufs Dach Nein Oder vielleicht Oder vielleicht Doch Guck ich da rüber Guck ich auf der anderen Seite rüber Komm schon Klappt nicht Das klappt so nicht Komm ich vielleicht vom Nachbargrundstück darauf Wo bin ich hier Hm, hier oben gibt es aber nicht zu viel Auf dem Balkon rüber kann ich auch nicht hüpfen Schade Ja, ich muss da hoch Okay, das ist fast schon zu einfach Mist, ein bisschen höher Nicht weiter unten Ähm Woher jetzt weiter unten Nein Immer noch weiter höher Das speichere ich mal ab Da hoch Muss ich Mist Da ist irgendwo Maven Ich bin ja schon weg Kaltes, herzloses Miststück Da hab ich sie doch gehört Eines Tages werdet ihr einen Fehler begehen Und dann werden selbst eure kaiserlichen Freunde euch nicht retten können Da Ich vermute, ihr belästigt mich aus gutem Grund Ich möchte Walds Schulden tilgen Wald? Warum wollt ihr denn diesem Einfallspinsel helfen? Er steht tief in meiner Schuld Er hat Glück, dass ich ihn nur für Merse arbeiten lasse Was hat er getan? Vor einigen Jahren Habe ich bei einem guten Freund in Winterfeste Eine einzigartige Schreibfeder in Auftrag gegeben Wald sollte dafür sorgen, dass sie sicher bei mir ankommt Und dann landete sie auf dem Grund des Hornrichsees Er hat sich wegen einer Schreibfeder verschuldet Die Zauberer nannten sie die Schreibfeder der Wiederholung Und verlangten für ihre Anfertigung einen überaus großen Goldbetrag Wenn ihr die Schreibfeder findet und mir zurückbringt Wozu Wald selbst zu dumm war Betrachte ich seine Schuld als bezahlt Hm Ich glaube wir sind fertig Lake Hornrich Lass mich raten Es hilft mir Doch, vielleicht, vielleicht Wo ist der Lake Hornrich? Seht ihr irgendwo was? Seht ihr irgendwo was? Ne Aber ehrlich Ist das vielleicht Lake Hornrich? Das ist doch viel zu groß Eine Schreibfeder finden Auf einem See Das ist madness Madness Das ist madness Hmm Hmm Da gibt es keinen Zweifel Die Diebesgilde ist zurück und hält Rifton fest in ihrer Hand. Das ist doch gut. Vielleicht muss ich ihn töten. Eigentlich will ich ihn nicht töten. Wie kriege ich denn das dort? Oh, vielleicht unten rum? So kann ich mein Schleichensgeld schon mal verbessern. Aber ich war mir sicher, da konnte man irgendwie das runterklappen. Ist da... Ist da jemand? Fuck. Nee. Hier ist niemand. Irgendwie habe ich das anders in Erinnerung. Komplett anders. Ich war sicher, ich hätte etwas gehört. Ich war sicher, ich hätte etwas gehört. Ach, der kommt da nicht raus. Aber ich wusste, da gibt es eine Klappe. Okay. Der hat sogar die... Der hat sogar dort oben die Tür geöffnet. Das macht es mir noch einfacher. Sehr nice. Der hat dort oben die Tür geöffnet, wo nur ein Schlüssel möglich war. Jetzt kann ich da einfach an ihm vorbeihuschen. Nix mit Schreibfeder auf dem Lake sammeln. Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Beim nächsten Mal werden wir Mersers Haus betreten. Ciao. Ciao. Ciao.